Da hat mich doch jemand bei Facebook, oder Facebook, oder wie das heißt, angestupst. Stups, 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 stups. He he. Du, ich wünsch dir einen schönen Wochenstart. Mit, auch ein ganzes andere Katze, aber nur eine Kollegenkatze. WKW, WKW, ich bin heute wieder da. Von Montags bis Freitags und das im ganzen Jahr. Und wenn er wissen will, wer mich da angestupst hat, du, das sag ich nicht. Und übrigens, WKW heißt, wer kennt wen? Oder wer kennt was? Bevor so ein Idiot meint, ich würde gegen Urheberrechte verstoßen. Ne, 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 ne. Wer kennt wen? Und ich kenne dich. Du hast mich nämlich angestupst. Du hast mich nicht 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 angestupst.